Herzlich Willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der DAX hat sich wieder in die Nähe des Rekordhochs zurückgekämpft. Ist jetzt eine weitere Erholung drin oder wird der Index doch erstmal etwas stärker nachgeben? Schauen wir auf die Charts, den Risiko, weil es gibt es natürlich wie immer Vorablerne mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir direkt rüber in die X-Station. Wir sind im Wochenchart und von November 2021 bis Oktober 2022 hat der Deutsche Light Index 27% an Wert verloren. Gegenüber dem Oktober Tief hat sich der Index jedoch um knapp 30% erholt und der Abstand zum Rekordhoch wurde auf knapp 6% verringert. Dazu gibt es zwei Handelsideen. Berücksichtigt man jetzt die Schlusskurse, wurde der Aufwärtstrend gebrochen, da das lokale Tief nicht gehalten hat und der Anstieg in dieser Woche ist daher eine Aufwärtskorrektur. Wo liegt jetzt ein potenzielles Ziel? Da wo Ungleichgewichte entstanden sind, wann entsteht ein Ungleichgewicht, wenn der Markt zu stark steigt? Der DAX könnte also durchaus bis 14.146 Punkte fallen oder auch sogar darunter. Dort könnte zumindest der Markt wieder auf stärkeres Kaufinteresse stoßen. Im Tagesschart ist aber auch durch den starken Anstieg von Anfang Februar ein Ungleichgewicht entstanden. Vielleicht nehmen wir das mal hier ein. Und die Lücke wurde jetzt am Freitag geschlossen und kurzfristige Käufer sind da also aktiv geworden. Heute sehen wir also eine schöne Erholung und ein Anstieg über das Hoch vom Donnerstag bei 15.578 Punkten könnte als Bestätigungssignal dienen für die Käuferseite. Während ab 15.450 Punkten die Verkäufer wieder Druck machen könnten, weil durch den starken Rückgang vom Freitag ebenfalls ein kurzfristiges Ungleichgewicht entstanden ist. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch der Content gefallen hat. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.